Nächstes Mal nehmen wir aber wieder den Aufzug, ne? Aber jetzt geht es erst mal am Freitag gegen Bremen und darüber sprechen wir jetzt. Meiste Spiele? Wer anders? Wer? Bayern München. Richtig, 34. Meiste Siege? Werder. Richtig, 15. Meiste Tore? Wer anders? Wer? Gladbach. Das ist Werder. Nein! Oh mein Gott! Meiste Elfmetertore? Wer anders? Richtig. Wer? Keine Ahnung. Stuttgart, vier Elfmeter Tore. Okay, ja. Meiste gelbe Karten? Wer anders? Wer anders? Richtig. Vermutung? Keine Ahnung. Wolfsburg? Wolfsburg? Ja, Wolfsburg. Okay. Meiste Torvorlagen? Wer anders? Wer anders? Ist richtig, Werder aber auch. Aber wer anders könnte es noch sein? Gladbach. Stark. Ja, ich glaube, dass die vier Siege jetzt vor der Länderspielpause für uns natürlich extrem wichtig waren. Wir hatten keine einfachen Gegner gehabt. Sehr, sehr unangenehme Gegner. Ich glaube, dass wir in allen Spielen sehr, sehr ruhig geblieben sind. Dass wir da ein Stück weit uns da auch verbessert haben, dass wir das Spiel nicht zu wild lassen werden haben. Und dementsprechend sind wir mit den Ergebnissen, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Klar wissen wir auch, dass wir spielerisch die Saison jetzt nicht Hurra-Fußball spielen. Aber ich glaube, dass wir uns in dem Punkt einfach weiterentwickelt haben. Dass wir trotzdem die Spiele gewinnen, die wir in der Vergangenheit vielleicht hätten nicht gewinnen können. Und von daher ist die Punkteausbeute in Ordnung. Wenn jetzt das spielerische langsam und langsam noch dazukommt, dann können wir sehr, sehr gefährlich werden. Ich finde uns generell auch einfach, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Aber wir spüren das auch selber, dass da noch so viel mehr drin ist. Und das gibt uns eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil wenn wir es dann wirklich schaffen, mehr und mehr in den Flow zu kommen und unseren Rhythmus zu bekommen von Spiel zu Spiel, dann heißt das, dass wir uns eigentlich noch mehr steigern können und dann auch müssen. Und ja, von daher ist alles in Ordnung, alles im Soll gerade. Nur aus der Vergangenheit wissen wir, dass wir da nicht aufhören dürfen, sondern dass wir da weiter Gas geben müssen. Vor allem, weil wir so viele englische Wochen jetzt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich war natürlich mit der Anfangssaison nicht zufrieden mit den Spieleinsätzen. Ich habe immer oder erwarte immer von mir, dass ich spiele und dass ich der Mannschaft auch helfe. Dementsprechend war es für mich dann auch keine einfache Situation, in zwei, drei Spielen gar nicht spielen zu dürfen, weil ich es einfach aus der Vergangenheit oder in den letzten Jahren hier nicht kenne. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt und schnell versucht, einfach wieder erstmal Spaß am Fußball zu haben und mich dann einfach im Training versucht anzubieten und das Beste aus mir rauszuholen. Und ja, dann ist es halt manchmal irgendwie so, dass man dann irgendwann reingeworfen wird und dass man dann versucht natürlich erfolgreich zu sein, mit der Mannschaft gut zu spielen und wenn möglich ein Tor zu schießen. Das ist mir dann geglückt und ja, dann ist es halt manchmal im Fußball so. Also es geht immer auf und ab und das gehört dann dazu, aber es war keine einfache Situation und ich werde alles dafür geben, dass es nicht noch mal so weit kommt. Ja, wir alle wissen, dass es ein einschneidender Schritt war im Sommer, den ich persönlich getroffen habe mit der Kapitänsbinde. Ich glaube, dass ich mir persönlich einfach vorgenommen habe, mehr das Jahr einfach zu genießen. Ich meine, ich bin natürlich im Fußballalter, wo ich nicht mehr allzu viele Jahre auf dem Buckel habe, aber man weiß, dass man nicht mehr allzu lange hat und von daher genieße ich das natürlich alles mehr. Und verantwortungstechnisch verändert sich gar nichts, weil ich mich am Ende trotzdem in der Pflicht sehe, der Mannschaft weiter zu helfen, egal ob es auf dem Platz ist oder in der Kabine. Aber dann trotzdem, wie ich das schon damals gesagt habe, ist es einfach eine große Ehre und ich denke, Emre macht das hervorragend gut und kriegt von uns komplette Unterstützung. Und dementsprechend freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten kommenden Aufgaben, die jetzt bevorstehen. Wir haben jetzt wirklich ein knallhartes Programm bis zur nächsten Länderspielpause und da versuchen wir weiter erfolgreich zu sein. Ja, ich glaube schon, dass wir alle wissen, dass bis zur nächsten Länderspielpause wir sieben Spiele haben in 22, 23 Tagen. Und das natürlich schon richtungsweisend ist, wohin es eventuell die Saison gehen könnte. Ich glaube, dass wir jetzt am Anfang den Grundstein gelegt haben für womöglich eine gute Saison. Und jetzt, ich weiß das immer, es geht in den Winter rein und da passieren immer ganz andere Sachen wie vielleicht noch im Spätsommer. Aber wir haben sehr, sehr wichtige Partien vor der Brust. Von daher, ja, es liegt wie immer in jedem Spiel an uns einfach, dass wir es auf den Punkt bringen. Und ich glaube, dass wir in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Spielen dafür gesorgt haben, dass mit uns zu rechnen ist. Ich muss sagen, alles, was letztes Jahr war, habe ich komplett verdrängt. Nicht nur das am Ende, sondern eigentlich im gesamten Jahr, weil es einfach eine neue Saison ist. Ich glaube, das kann man wirklich nicht dazu zählen, wie es letztes Jahr gelaufen ist hier zu Hause gegen Bremen. Einfach, es wird ein anderes Spiel, andere Spiele auf dem Platz. Es ist einfach so viel anders. Von daher kann man das, glaube ich, nicht als Maßstab dann nehmen für dieses Duell. Aber natürlich sind wir gewarnt, dass wir bis zur 90. und 95. Minute Gas geben müssen und dort versuchen müssen, erfolgreich zu sein für die Mannschaft, für den Verein. Aber all das, was letztes Jahr da passiert ist, ist bei mir jetzt nicht mehr drin, muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube schon, dass Bremen am Freitag unangenehm sein wird, wie sie es eigentlich immer tun, egal ob es gegen uns ist. Und dann müssen wir versuchen, weiter geduldig zu sein und versuchen, unser Spiel aufzuziehen, Ruhe zu bewahren und in den richtigen Momenten nach vorne anzugreifen und Torschancen zu kreieren. Und vor allem, ja, die Fans mehr und mehr hinter unseren Rücken zu bekommen, so wie wir es jetzt Union und zweite Halbzeit geschafft haben. Und dann sehe ich den ganzen sehr, sehr positiv entgegen, muss ich sagen. Und wir werden gut, gut vorbereitet sein auf die Partie, so wie jedes Mal. Und dann liegt es an uns, dass wir es auf dem Platz bringen. Ich muss sagen, so ein Freitagabendspiel ist einfach einfach sexy. Also, ich meine, du hast immer ausverkauftes Haus bei uns. Ja, das ist, ich weiß nicht, so ist einfach die Atmosphäre, Flutlicht. Du hast einfach Bock, ne? Also, du hast immer Bock. Aber so ein Freitagabend oder auch Samstagabend, muss ich sagen, ist auch was Geiles. Aber so Freitag ist halt, das ist halt was Besonderes irgendwie bei uns. Und ja, ich hoffe, dass die Serie noch länger anhalten wird, als bis weiter. Freitagabend. Jetzt kommt der Kopp. Geil. Jetzt kommt der Kopp. Ich kann doch noch ein Kopp machen. Freitagabend. Frederik? Bist du Frederik? Hast du Lust, zwei Spielchen zu machen? Ja. Auf gehts. Ich glaube, ich glaube. Ich glaube, irgendwann. Oh, ja. Let's go. Ich spiele ein bisschen Fußball. Wie alt bist du? Neun. Neun. Spielst du hier bei Dortmund? Ja. Stark. Wer ist dein Lieblingsspieler? Schlotti. Schlotti? Bist du Verteidiger, Mittelfeldspieler? Sturm. Tore machen, so sieht's aus. Tore machen, nicht verhindern. Jetzt los, ein bisschen fester, noch ein bisschen langsamer. Ja, 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 ja. Stark. Jetzt hast du mir natürlich einen weggenommen, ne? Nein! Oh mein Gott. Okay. Zwei Möglichkeiten habe ich noch. Du kannst noch selber gewinnen, ne? Wenn du drei rechts machst. Ja, der ist ganz hinten. Gut gespielt. Nicht schlimm. Eins. Okay? Wir machen Freitag den Anfang. Aber das schwarz-gelbe Wochenende hat noch mehr zu bieten. Hier in der kleinen Übersicht. Bis zum nächsten Mal. chokingratips.